das lied da singt der driving home for christmas can't wait to see those faces dann habe ich das mal übersetzen lassen ganz kurz im internet also wenn man computer auf macht und dann so ein ding drückt mit so einem symbol da kann man das dann eintippen das hat man der schule mal gelernt wie man da tippt mit den ganzen buchstaben das wird entstehen egal jedenfalls habe ich das übersetzen lassen und dann habe ich mir so gedacht stimmt man wartet bis man diese gesichter wieder sehen man kann also bis man diese gesichter wieder sieht man kann kaum man kann es kaum erwarten weil die sehen nämlich immer gleich aus oder ähnlich und zwar so ab und zu so dann ist wieder so also vielleicht doch nicht so ähnlich aber oft ist glaube bei vielen familien habe ich gemerkt von erzählungen ist so zwischendurch sagt man sich was aber nichts so nettes was heißt besinnlich aber die bedeutung ist nicht missverstanden worden von der menschheit man sagt man vielleicht so was wie wegen dir bist wegen dir bin ich so geworden du bist schuld daran aber schöne weihnachten wünsche ich dir du